Ich habe meinen Stream 250 Euro gegeben zum Ausgeben. Ihr habt mir Amazon-Links auf Discord gegeben. Ihr hört mein Discord, by the way. Und ich habe dann ein Poll gestartet, ob es gekauft wird oder nicht. Die Gegenstände durften maximal 20 Euro kosten. Und ich habe gedacht, das würde zackig gehen. Aber am Ende haben wir eine Stunde oder länger gebraucht, weil ihr zu picky wart. Nun, was mache ich mit dem Zeug? Ja, keine Ahnung. Überlegt mir was. Folgt mir auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt. Und folgt mir auf alle anderen Social Media Seiten. Twitter, Instagram, whatever. Und unbedingt diesen Channel abonnieren, sonst verpasst ihr alles. Es ist eure erste Wahl. Chat, ich werde es nicht anziehen. Was soll ich damit machen? Als ob ich es fucking anziehen werde. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht entscheiden. What? Es ist ein Nein. Können wir das jetzt schon skippen? Ich will es gar nicht haben. Es kann tanzen. Es ist chargebar. Es ist fucking useless. Chat, ich glaube, wir haben unser erstes Item. Ich glaube, das wird safe gekauft. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ich kann es die ganze Zeit aufstellen. Ich weiß nicht mal, wo es aufstellen kann. I mean, ich könnte es da an der Fensterbank hinpacken, Chat. Das ist die einzige Möglichkeit, die possible wäre. Aber sonst ist es cute. Oh mein Gott, ich kann es aufbauen. Gibt es noch andere Figuren, Chat? Es gibt die noch in anderen Figuren. Holy. Es ist ein eindeutiger Vote. Fuck, in den Warenkorb. In den Warenkorb. In den Warenkorb. Es ist ein dickes Nein, Chat. Es ist für mich ein dickes Nein. Es ist für mich ein dickes Nein. Fuck das. Es ist ein Nein. Es ist ein dickes Nein. Chat, gib dir einen Ruck Nein. Fuck that. Bro. Was soll ich mit so einem scheiß T-Shirt machen? Gibt es ein Nein auf Berlin? Es ist ein eindeutiger Nein. Good Job, Chat. Good fucking Job. Bro. Maximal 20 Euro. Was ist das? Who the fuck sind die? Es ist eine Wishlist? Das sollte nicht zu mir. Chat, ihr kriegt es nicht verlost, ne? Ihr kriegt es nicht. Ich habe gesagt, maximal 20 Euro. Wait, das ist eine Girl Group. Oh. Dann überleg es mir vielleicht. Wäre vielleicht ein interessantes Buch gewesen, ne? Aber ich bin mehr der Fan von Stalin gewesen. Aber naja. Würdest du eh nicht lesen, Chat. Ihr wisst gar nicht, wie gebildet ich bin. Chat, ihr habt gar keine Ahnung, wie fucking gebildet ich bin, okay? Hitler. Hitler ist 1800. 1900 geboren, okay? Fast. Ich habe gesagt 1800. Habe ich doch gesagt, Chat. Fast. Perfekt, Chat. Perfekt. Wenn ich die nächste Bank ausräumen will oder ein Porno drehen will. Eine der zwei Sachen. Was für eine Farbe will ich denn überhaupt haben? Maske auch für Bankfälle geeignet oder sollte man lieber die schwarze nehmen? Alright, man. Alright. Was sagt das für ein... Oh mein Gott, ihr wollt es echt holen. Ich nehme mir schwarz. Ich nehme einfach das Billigste. Es ist nur noch eins auf Lager. Chat. Existiert überhaupt sowas? Ich verstehe es gar nicht. What the fuck? Warum braucht man ein Buch dafür? Wie viele Seiten hat das? 44 Seiten? Chat, für 44 Seiten will man fucking 6 Euro ausgeben? Kindle ist kostenlos. Ich kann es kostenlos haben. Warum brauche ich ein Taschenbuch? Oh mein Gott. Macht kein 50-50 draus. Chat, das ist sowas von wasted money. Es ist ein bisschen teurer, aber ist die Frau erhältlich dazu? Chat, wird sie mitgeliefert? Okay, man kriegt nur die Klamotten. Eigentlich ist es über ein Budget, will ich mal nur sagen. Ich weiß nicht mal, welche Größe ich trage. Ähm? Wait, warum sag ich? So unnötig. Chat, das ist so fucking unnötig. Unglaublich unnötig. Wo geht das Schlauch hin? Wo wird das Schlauch angeschlossen? Ich verstehe es nicht. Brauche ich mehr Katzenspielzeug? Oh mein Gott, das wäre eigentlich was Usefules. Nicht wahr, man. Oh. Chat, wollt ihr noch mal einen Wocheneinkauf reinpacken oder sowas? Wollt ihr Pringles reinpacken oder so? Gute Nacht, Babybon. Babybon, Badewanne, Waschtisch und Toilette. Nur von Zapfkreation. Die Puppe ist aber nicht dabei. Was hab ich davon? Chat, die Babybon ist nicht dabei. Das ist shit. Es hat sogar 3% Rabatt aber. Alright, next, next, next. Ich weiß nicht, ihr habt irgendwas mit Kacken, oder? Okay, das reicht mir. Die Worts reichen mir. Ich geh zum nächsten. Das ist actually nice. Es ist ein eindeutiges Kaufen, Chat. Das ist ein eindeutiges Kaufen. Bro, das ist über ein Budget. Ich will aber irgendwie es haben. Es ist so groß wie ich. Aber es ist über ein Budget, man. Kriege ich eine von Angela Merkel? Lebensgröße? Wie groß ist sie? Ich kann Deutsch. Erstmal, ich bin auch kein Flüchtling. Ich bin hier aufgewachsen und geboren. Zielgruppe. Ein erster Einstieg in die deutsche Sprache für erwachsene Flüchtlinge und Asylbesuche. Suche eine sprachliche Erstorientierung für Flüchtlinge und Asylsuchende. Unterrichtsmaterial speziell für neu ankommende Flüchtlinge und... Wie oft wird sich das wiederholen? Man kann sich bei Amazon einen Stift liefern lassen. 7% Rabatt? Chat, ich nehme mir den für den Euro. I mean, es ist ein Euro. Es ist mir... Chat, es ist ein fucking Euro. Es ist sogar einer der besseren Buys. Alright, man. Alright. Ich will es nicht haben. Oh, eigentlich sind die cute. Bitte nicht, Chat. Und das ist wirklich, wie ihr eure 20 Euro dafür ausgeben wollt. Wir haben noch 80 Euro. Willst du mir irgendwas damit sagen? Willst du mir irgendwas damit sagen? Chat, ich bin kein daigen YouTuber, okay? Ich habe aufgehört. Wollt ihr schon mal eigentlich den Start und selbst YouTube erfolgreich werden? Dann ist der Guide genau das Richtige. Ihr erfahrt, so dreht ihr denn, wie ihr es benötigt. Wie ihr wirklich viele Klicks erhaltet. Welches Star euch als Vorbild nehmen solltet. Und vieles mehr. Professionelles Kornilchenohrperücke. Holy shit. Ich wusste nicht mal, dass sowas existiert. Ich habe noch nie sowas Unnötiges gesehen. Digga, wer macht das in der Öffentlichkeit? Wer bliezt das in der Öffentlichkeit auf? Während meines Streams die Füße hochzutragen. Nett gemeint. Aber, Chat. Ich sitze den ganzen Tag so. Ich bin gleich ein Timeout. Ich bin gleich ein Bun. Vielleicht brauche ich einen neuen Mod. Ich hoffe, ihr habt ein Nein gewotet. Oh, Chat. Ihr wisst, dass ich kein fucking Loser bin. Chat. Noch 10 Euro. 12 Euro. Wir haben nur noch 12 Euro zum Ausgeben. Und jetzt kommen erst die Chips. Bro, ich habe danach vor einer Stunde gefragt. Nein, ich würde Hot & Spicy nehmen. Obwohl. Ja, ich kann nur Hot & Spicy nehmen. Das letzte sind Chips. Die Uhr kostet einen Cent. Das ist eine dicke, fette Lüge. Chat, da steht fucking 7 Euro Lieferung. Das Video ist fertig. Das Video ist fertig. Gib ein Like. Subscribe. Und lasst einen Kommi dazu. Folgt mir auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt. Und goodbye, Chat. Goodbye, goodbye. Bye-bye. Bye-bye, Kommentare. Bye-bye, YouTube. Bye-bye. 250 Euro weg. Bis zum nächsten Mal.